So, halli, hallo, ihr Lieben. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe jetzt auch endlich mal mal die Mots in die Leiste gepackt. Die kann man sich nicht auch im Kommando-Menü anlegen. So, wir haben Donnerstag. Das heißt, es wird Zeit, dass wir unsere Reise hier weiter fortsetzen. Und als erstes machen wir unsere Quest. Bis es mich im Tod umfängt. Die Klage. Ich dachte, ob das nicht die war. Ah ja, genau. Gehen wir doch da mal hin. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich hoffe auch einfach, dass ihr eine schöne Woche hattet bisher. Einen guten Start in die Woche. Mir war das eigentlich alles ganz okay. Arbeit ein bisschen nervig, aber man kennt es ja, ne? Oh, heute Morgen habe ich gerade ein bisschen verschlafen. Leider. Gott sei Dank. Ich bin noch pünktlich zur Arbeit gekommen. So ist nicht. Oh, ich laufe voll durch die Papa. Also ich war noch pünktlich und alles. So ist es nicht, aber es war trotzdem ärgerlich. Es ist kein guter Start in Morgen, wenn man verschläft. Wirklich nicht. Es ist der ganze Tag schon im Eimer. Oh, und wir haben einen Spieleinhalt. Sehr schön. Ich mag mal, was da steht an diesen Sachen. Richtig für mich aus? Ja, richtig. Ja. Ja. Ich bin die Welle, die mich auf dem Rücken trägt. Ich bin der Wind, der Gischt auf alle Wellen schlägt. Ich bin die tausend Sterne hoch am Firmament. Das Morgenrot, dem Meer geboren, bis es mich im Tod umfängt. Das Requiem der Seeleute. Für das Meer geboren und wieder zu ihm zurückgekehrt. Das ist das Leben in den Augen der Limsa. Sie beten für die Fischer, dass sie am Ende des Tages sicher an Land zurückkehren. Und für diejenigen, die ein Leben an Land gewählt haben, dass ihre Seelen dereinst zum Meer zurückfinden mögen. Lass mich raten. Du bist diese Abenteuerin, die sich seit kurzem bei dem Sommerfurthöfen aufhält, hm? Ich war auf der Suche nach einem Entführer, aber offenbar auf der falschen Fährte. Oder vielleicht doch nicht? Oh ja, so viele Zähne. Diese Schwankungen im Äther konnten keine natürliche Ursache haben. Und auch, dass wir hier zusammentreffen und prompt attackiert werden, ist sicher kein Zufall. Aber wer will uns hier zum Schweigen bringen? Wie auch immer, mit dem hier werden wir schon fertig. Also, ich bin ein Zufall. Wie, du bist echt hässlich und kriegst viele Zähne. Dein Zahnarzt recht noch möchte ich ehrlich gesagt nicht haben. Oh, komm mal, ich höre wie klein die hier. Ja, die Druide tankt das Ganze hier einfach mal. Ich glaube, die macht doch mehr Schaden als wir. Ich habe noch keine Tankstays, also... Ja, die macht 456, das ist... Das kriegen wir noch nicht hin. Tot. Puh. 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 Durch deine Taten offenbaren sie sich schon bald. Glaub daran, denn das Licht ruht in dir. Die Taten offenbaren sie sich schon bald. Geh nun, mein Kind, und lasse die Welt in Glanz erstrahlen. Bist du wieder bei dir? Ich bin wieder bei dir. Wie ich es mir dachte. Sie war von einem fremden Willen gelenkt. Sieh mal, was im Rücken der Gubu steckte. Ein Seilermesser. Das benutzen Schiffer, wenn sie Seile herstellen. Sieht ganz so aus, als wären Seeleute in die Sache verwickelt. Oder Piraten. Und du? Bist du wieder bei Kräften? Du hast wohl einen Ätherschock bekommen. Nach all der Bewegung im Kampf bist du einfach umgekippt. Ein riesiger Kristall? Dir geht's wohl doch noch nicht so gut. Ich bin wieder bei Kräften. Ja. Ja. Genau. Ja. So. Aber die Mikote war hübsch. So schön. Und dir hab ich geberecht. Ich glaub wir werden ja öfter begegnen. Beziehungsweise. Ich weiß es. Kleiner Spoiler am Rande. Guck mal, wir sind das noch mal da unterwegs. Genau. 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 Und dann können wir uns Requests schon mal abgeben. Und ich glaube er hat auch danach noch mal eine für uns. Mal gucken, was wir dann machen dürfen. Auf alle Fälle geht es zartkräftig voran. Also ein bisschen hat man jetzt nach der Videosequenz das Gefühl, dass man jetzt gerade erst so mit dem Tutorial durch ist, wie man sich in dieser Welt so ein bisschen zurechtfindet und wie man nicht getötet wird. So kommt das einem vor. So, Servum, was hast du zu erzählen? Neki, da bist du ja. Ein Glück, dass noch alles an dir dran ist. Meine Arbeiter haben berichtet, dass sie bei der Klagegrotte Kampfgeschrei und Gebrüll gehört haben. Ich hatte schon gefürchtet, ich hätte dich in den Tod geschickt. Hast du einen Beweis finden können, wer hinter der ganzen Sache steckt? Jo, hier ist Messer. Das Seilermesser steckt im Rücken einer Gwul. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. So ein Messer gehört ganz klar zur Grundausstattung eines jeden Seefahrers. Da haben sich sicher ein paar Piraten auf die Lauer gelegt, um meine Leute zu dem Freibäuterleben zurückzuholen. Und als du ihnen auf den Pelz gerückt bist, hat ihnen das nicht gefallen und sie haben die Kobue auf dich losgelassen. Wir raten werden immer mehr. Wir scheinen, sie rekrutieren neue Leute. Wir müssen auf der Hut sein. Eine Druidin? Mit einem ungewöhnlichen Messgerät hat dir geholfen? Ah, das war sicherlich Jushtola. Sie ist dann seit einer guten Weile in Limsa und davor steht die Ätherströmungen. Ab und zu kommt sie auch nach Sommerfurt. Sie hat wohl in der Grotte irgendwas gemessen. Ein bisschen unnahbar ist sie schon, aber glaub mir, entführen würde sie garantiert niemanden. Was man von dem Piratenpack nicht annehmen kann. Ich muss meine Leute warnen, damit sie sich nicht noch auf die leeren Versprechungen von Freiheit und Reichtum reinfallen und mir womöglich auf und davon rennen. Vielen Dank für deine Hilfe, Niki. Die Sommerfurthöfe stehen dir immer offen. Vertraue nur auf deine Fähigkeiten, denn du hast es in dir. Limsa und Minsa braucht Leute mit dich nur zu dringend. Ich nehme die Heilsrankheit, den Äther brauche ich nicht. Ich habe keinen Mana. Also ich habe Mana, ich nutze es nicht. So, dann muss ich das sagen. So. So, wenn deine Leute unzufrieden sind, dass sie wieder auf den See stechen, Kollege, dann solltest du dir mal Gedanken machen, ob du vielleicht irgendwie guckst, dass sie zufriedener werden. Also diese Säfrin und seine faule Bande, sie sind schon wieder nicht zur Feldarbeit erschienen. Wahrscheinlich lassen sie sich irgendwo in einer Hängematte die Sonne auf den Pätschern, so wie sie es von ihren Piratenschiffen gewohnt sind. Hast du nicht vielleicht Zeit, eine Runde in der Nähe der Obstportagen zu drehen und nach Säfrin und seiner arbeitsscheuen Kumpanen Ausschau zu halten? Du erkennst diese Halunken an seiner roten Kappe. Wahrscheinlich bedarf es einiger Überzeugungsschaft, um die faule Bande zum Arbeiten zu bringen. Aber bitte versuche es einmal. Kannst du nicht selber gehen? Das sind deine Angestellten. Sag ich, müsste ich sterben, ne? Okay, ein bisschen verleben. Leben verlieren wir auch. Haben Fallschaden. So ist es gar nicht. Warum muss ich jetzt gerne deine Leute beauftragen? Ich meine, ich bin Abenteurer und recht neuer, kleiner dazu. Da ist ja schon der Erste. Das heißt nicht, dass du mich rumschicken kannst. Jetzt aufs Feld, sagst du? Mir knurrt der Magen, so kann man doch nicht arbeiten. Aber ich bin ein Spieler und biete dir eine Wette an. Wenn du erzählst, was ich zum Frühstück hatte, gehe ich auch arbeiten. Käse-Schinken-Bödchen. Ohne Schinken, ohne Käse. Triffst du immer so eine Schwarze? Ach, ich bin diese Magerkostleid. Gut, gehe ich halt. Aber nur, bis ich genug Geld für ein gutes Stück Pökerfleisch verdient habe. Kollege, du wirst weiter hungern, wenn du nicht arbeitest. Weißt du, wer arbeitet, kriegt doch sein Geld. Du, 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 du sitzt, hast du kein Geld. Da gibt's doch kein Pökerfleisch. Ui, was gibt's hier dann? Ein Ninja. Das ist das, was später aus dem Schocken wird. Da steht noch einer rum. Warte, ist noch ein Typ hier oben. Das heißt, laut Karte, ah, der ist da unten. Okay. Ach, hier. Am Trinken, bei der Arbeit. Schon wieder Arbeit? Wir waren doch erst letzte Woche auf dem Acker. Immer diese Plackerei. Wenn du redest, womit ich jeden Abend meine Sorgen ertränke, muss, gehe ich auch arbeiten. Dünnen Apfelwein. Du trinkst, Kollege, du schaffst aus wie der Alkoholiker. Wie hast du das noch erraten? Davon kann man sich ein ganzes, davon kann man ein ganzes Fass laufen und hat immer noch die gleichen Sorgen. Sogar eher mehr. Was gebe ich nicht für eine Flasche? Ach, was. Für einen Fingerhut voll echt nur rum. Gut, gehe ich halt arbeiten. Den Schnaps gibt's ja auch nicht umsonst. Ja. Ach, Gott, Leute. Was sind Piraten? Jetzt sollte sich selber mal Sorgen machen. Keine Sorgen machen, dass sie nicht arbeiten, sondern sich neues Personal suchen. Etwas, was vielleicht motivierter ist. Hier irgendwo rechts müsste noch einer sein. Auch irgendwo unten, der Pfeil auf der Karte zeigt, nach unten in diesem Kreis, also. Ei, ei. Ich gehe wieder hoch, ich hoffe. Hey, Kollege. Die Arbeit ruft, ist das dein Ernst? Löwensamt pflücken ist doch keine Arbeit für ein Seebären wie mich. Da schäme ich mich ja. Meine Arbeit... Meine Axt ins, äh, Gesicht zu gucken. Hast du keine Ahnung, was für eine wichtige Aufgabe ich auf meinem Schiff hatte? Äh... Intermannschaft, Chirurg. Ich sag Intermannschaft. Du hast es erraten. Und meine Axt hat mir dabei immer gute Dienste geleistet. Zack, ein Arm. Wusch, ein Bein. Und jetzt mache ich mich auf den Weg, um Löwenzahn zu pflücken. Wusch, da hat er Spaß. Ja. Wenn du Spaß an Leute verstümmeln hast, okay. Ich möchte auch noch irgendeine Ahnung gehören. Ja, da ist immer noch schon. Ach, du bist der Kopf der ganzen Ballade. Was rufst du hier meinen Namen? Ich bin durch die Gegend. Das bin ich. Und wer bist du? Stellwurm schickt dich jetzt schon. Äh, Stellwurm schickt jetzt schon Abenteurer los. Der Alte kann aber auch nichts alleine machen. Aber ich bin ja kein Spielverderber. Mal sehen, welche Sklavenarbeit sich der Alte diesmal für uns ausgedacht hat. Du hast dich ja auch schon von ihm einsparen lassen. Obwohl dich unsere Arbeit nichts angeht, halte ich die Zukunft da raus, klar. Da sind wir wenigstens mal einer Meinung, Kollege. Aber du musst trotzdem arbeiten. Das ist natürlich so ein Job annehmen, wenn du das Kämpfer drauf hast, dann musst du dir was anderes suchen. Ach, da zu hüben. Ach, Gott. Sprint. Lauf, Lala. Sternberg ruft nach mir. Weißt du eigentlich, was ich gerade durchmache? Aber wenn du auch mal ein bisschen Sympathie für mich aufbringst, komm, ich lasse mich. Dann findest du das Leben hier wohl einstürdig. Dann fühlst du dich der harten Arbeit nicht gewachsen, oder? Er kommt von mehr als ich glaube nicht, dass ihm die Ackerarbeit zu hart ist. Ich sage, es ist mir zu eintüglich. So triffst du den Nagel auf den Kopf. Es fällt mir nicht leid, mich uns sesshaft, den Leben an Land zu gewöhnen. Aber ich will es noch einmal versuchen. Schließlich habe ich mal ein Piraten-Air-Wort gegeben. Ja, die Piraten-Air-Wort. Die Frage ist ja, ob man einem Halunken aufs Wort trauen sollte. Die meisten Piraten gehen eigentlich nur Morden, Raum, Plünder, Zerstören, aber nicht unbedingt gerade für ihre Loyalität, ihren Versprechen gegenüber bekannt. Es sei denn, sie schwören was auf ihren Kodex. Ihr Kodex ist nochmal eine andere Nummer, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Piraten hier in diesem Game einen Kodex haben. So, ich habe deine faulen Arbeiter Arbeiten geschickt. Kann ich jetzt gehen? Du hast gute Überzeugungsarbeit geleistet. Sind alle erschienen, bis auf Zephren. Und das, obwohl du mit ihm gesprochen hast, immerhin hast du es redlich versucht. Auf dich ist Verlass. Zephren lässt nie um eine Ausrede verlegen und übt damit einen schlechten Einfluss auf die anderen aus. Ich muss mir ernsthaft überlegen, was ich mit ihm machen will. Kündigen vielleicht? Wieso willst du sowas behalten? Also wirklich? Oh, wir kriegen neue Ausrüstung. Um es zu vermeiden. Ja, das ist doch jetzt nicht durchlesen. Erzählt er mir eh. Ich habe einen etwas bekannten Auftrag für dich. Ich frage dich, weil ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Ein Teil der Waren, die wir dem Latagran Grenzposten liefern, kommt dort nicht an. Ich habe den Verdacht, dass Zephren, der mit der Lieferung betraut, ist die Waren unter der Hand verkauft. Gerade habe ich ihn mit einer neuen Lieferung losgeschickt. Verfolge ihn und stelle ihn zur Rede. Du erkennst ihn an seinem roten Kopftuch. Auch wenn er mit der Sache nichts zu tun haben sollte, möchte ich mich wenigstens vergewissern, dass die Orangensäcke, die er transportiert, sicher ihr Ziel erreichen. Ich war gerade schon bei Zephren und ich weiß, wie er aussieht. Lass mir dich nochmal erklären. Das lässt er mich schon wieder laufen. Wohin müssen wir eigentlich? Ach ja. Bis dahinter. Wir haben heute richtig einen ähnlichen Tag hier. Na ja, gut, das ist Küste. Hier ist wohl öfter mal lebe. Das könnte ich mir jetzt mal gut vorstellen. Lauf, Lala, lauf! Das ist ein Fade. Der ist Level 3. Wir sind Level 9. Ich glaube, der bringt nicht mehr wirklich viel. Vor allem, wenn wir uns schon anpassen müssen. Hey du! Bei allen Seeschlangen, das ist Jahre mehr. Jetzt stecke ich aber bis zum Hals in Schwierigkeiten. Wenn ich jemandem um Hilfe bin, bitte kommt die ganze Sache ans Tageslicht. Oh je. Oh, ich muss Schuld zuweisen. Warte mal, da brauche ich eine Mood. Das ist natürlich nicht drin. Guck mal, die Axt. Äh, nee. Diese Ansicht wollte ich auch nicht. Was, was war denn hier? Das kann ich, glaube ich, gleich mal ins Kommando wieder anlegen. So, ich glaube, das muss ich noch ein bisschen öfter machen. Hey, ich beschuldige dich. Du bist schuld. Was ich mit den Orangen gemacht habe, befragst du? Soll das heißen, dass ich unter Verdacht stehe? Ich, der fleißige, ehrliche Severin? Du bin durchschaut worden? Gut, gut, gut. Ich gebe die Orangen ja zurück. Aber zuerst musst du meine dritte drei Kumpane retten. Wir sind da drüben in der Nähe des Lagerfeuers von einem räuberischen Banden Goblins überfallen worden. Den wollten wir die Orangen verkaufen. Ernsthaft? Jetzt bist du noch so ehrlos und tust den Typen, der euch versucht, hier an Land zu helfen, verarschen und jetzt soll ich euch noch den Hintern retten, ne? Also wirklich. Armselig. Wirklich armselig. Ach, das sind ja die drei von vorn. So, mit denen natürlich noch eine interagieren. Vielen Dank. Wenn Sefran mich nicht niedergestoßen hätte, als er das auszunahmen, wäre ich auch alleine entkommen. Tausend Dank. Wenn mein Magen nicht so leer, wie Sefran's Versprechen vom großen Geld wäre, hätte ich mich schon längst aus eigener Kraft befreit. Danke. Sefran hat dich geschickt? Ich dachte schon, der Schuft hätte uns verraten. Die Gurge hätte ich ihm durchgeschnitten. Die halten auch nicht so viel von ihrem Kumpel. Du bist unbeliebt, Kollege. Sind alle wohl auf? Hagelsturm und Tropenwind. Da bin ich aber erleichtert. Ich habe gekämpft wie ein Urga, um meine Kubanen von Goblin zu beschützen, aber es hat nicht gereicht. Danke, dass du sie befreit hast. Ich will mich also an meinen Piraten Ehrenwort halten und die Orangen zurückgeben. Ja, vielleicht ist es sicherer, wenn du das für mich erledigst. Wegen der Goblins, verstehst du? Also bring die Leinsäcke zu Orsine am Latagrad-Grenzepost und alles ist wieder gut. Darf ich auch noch deine Säcke schleppen? Also ich dachte ja, bei Abenteuer oder so, Jobbeschreibung wäre so, keine Ahnung, keine Ahnung, Abenteuer erleben. Monster bekämpfen, also aber nicht das. Wäre das so schwer gewesen, die blöden Säcke selber hier hinterzutragen. Hat auch eine Ausrede gesucht, um sie wieder hinzuleben. Wehe, Storven gibt uns dafür nicht wenigstens eine Belohnung, eine gute oder so. Eine Lieferung aus Summerfoot, da bin ich aber von den Socken. Das ist ja mal was ganz was Neues, dass sie pünktlich ankommt. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ach, Kollege. Und komplett ist die Lieferung auch noch? Jetzt bin ich wirklich buff. Ihr von den Sommerferufen könntest also doch, wenn ihr euch mal anstrengt. Moment, du bist ja gar nicht der Lieferant, der sonst die Waren bringt. Beziehungsweise, der die Waren sonst nicht bringt. Wie auch immer, vielen Dank. Wir hoffen, dass das keine Ausnahme war. Hier ist das Geld für Storven. Ach, ja. Ist okay. Dann geben wir mal die Quests ab. Kleine. So. Oh, Gott. Oh, das... Warte, ich hab das vollkommen übersehen hier. FG von TT Dragoneer. Was ist das? Nein, ich möchte keiner Gilde beitreten. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt tun möchte. Ob ich einer Gilde beitreten möchte, ob das einen Sinn macht. Ist auch nur für sich macht's Sinn in dem Spiel, aber ich weiß nicht, ob es jetzt für diesen Charakter Sinn macht. aber nicht mit englischsprachigen Kind, denn mein Englisch ist absolut grottig. So, dann gehen wir jetzt mal schnell die Quests ab, aber dann würde ich sagen, das war's heute schon für heute. Was war's dann auch schon für heute? Wir haben ein, zwei Quests mehr geschafft. Wow. Aber wir haben ja aufs Stroller getroffen. Das ist doch schon mal toll gewesen. Vielleicht sind wir mit dem Typen hier auch fertig. Das sehe ich gleich. Da bist du ja wieder. Was ist aus der Lieferung Orangen geworden? Ist sie sicher am Latagrand? Grenzposten angekommen? Ja, hier ist dein Geld. Du hast sie dort abgeliefert? Vielen Dank, dass du dich um die korrekte Zustellung gekümmert hast. Was? Dieser Sefram wollte erst tatsächlich unsere Orangen unterschlagen. Dann hat dieser Lunke sie auch noch mit der Goblin-Bahne eingelassen und so seine Kumpane in Gefahr gebracht. Aber es wundert mich nicht, dass er seine Komplizen im Stich gelassen hat. Das sieht ihm ähnlich. Dafür, dass ich als erfahrener Seemann nicht an die Feldarbeit gewöhnen kann, hatte ich noch Verständnis, aber seine Gaunereien sind nicht mehr zu entschuldigen. Du solltest dich auch etwas vor ihm in Acht nehmen. Man kann nie wissen. Weißt du, dafür bekomme ich jetzt nur 179 Gil. Wird es sich diese... Ich nehme das, weil die Lustung ist nicht so geil. Dafür, dass ich jetzt die Aufgabe von seinem Arbeiter gemacht habe, der zu unfähig ist. Aber wir sind fertig mit dem Wuhu. Auch jetzt hat er die nächste Quest. Ja, ich würde sagen, die machen wir doch beim nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Arbeit. Und man sieht sich. Tschüüüü. Bis zum nächsten Mal.